Ja, das wird wohl ein heftiger Film geben, ich hoffe es kommt überhaupt drauf, es geht einfach darum, ich als alter Raucher habe leichte Lungen, sagen wir mal so, Atmungshemmungen. In anderen Worten heißt das ja irgendwie nichts anderes als das, was viel raucht und zu wenig irgendwie dann arm wird. Okay, was macht man dagegen? Ich verbinde immer mehrere Teile, das heißt, ein Teil ist zum Beispiel der Teil, stelle ich vor, der Strom geht aus. Wow, da fällt sich alles weg, ne? Gut, da gibt es keine Sterienerlagen, da lasse ich mehr und irgendwie so ein Zeug, der PC ist auch weg. Aber was gibt, das sind so kleine Sachen, ne? Das ist hier so eine indische Fußkette. Oh, die Frau war schön, mit der ich die abgekauft habe. So ein schöner Fuß. Okay, und dann, Leute, ja, was jetzt, wie gesagt, ging ich ums Lungentraining. Lungentraining, also zu empfehlen, jetzt mal ganz ehrlich gesagt, ne? Das ist ein Ding. Ja. 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 Musik 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 Also mehr wollte ich damit nicht sagen, ja. Also an meinen Lungen geht's gut, ne? Ja, weil ich ständig atmen muss, ne? Ja, das war der Film. War mir jetzt schlimm. Ja, ne. Okay, das ist so chromatisch für den Ton. Wie heißt die, Mutomodika in A. Also wer Lungenprobleme hat und Raucher ist, sollte anstatt rauchen lieber das Ding gebrauchen. Eigentlich doch. Glätzt doch schön. Ja, ich will reich werden. Kommt von Seidelsöhne. So, in den Reklangen muss ich auch kommen. Hier gibt's sogar Läppstil dabei, ne? Okay. Hier gibt's big interesse, was auch jetzt mit demüre Str Living ist, Wie heißt das? Vielen Dank.